Fahrgastaufkommen Nach dem Ausstieg benutzen Sie bitte alle Türen zum Einsteigen und gehen bitte rechts und links im Fahrzeug durch. Die Schenke hat wohl alle einen Knall weg. Aber so ein Knall. Einen schönen Kreischen, Rompil, bis zum Zweifel. Auch du Kleiner, einfach noch abkriegen bitte. Wunderbar, wie letztes Jahr auch. Alle, die im Vatarselabend auf Freinheit mitkriegen, ob ihr Körpergröße bezogen. Jetzt einmal los und nach vorne. Alle Kleinen, bitte da einmal. Oder auch die größeren, bitte. Schnappt euch das Schöne. Das kann ruhig größer sein, ja. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Auf das nächste Glockenschlag. Signal. Ohne euch gegenseitig umzurennen, schnappt euch ein Geschenk. Ohne euch gegenseitig umzure? Juscht also gibt es ja noch ein Geschenk. Jaaa!